Der Import einzelner Tracks von einer Audio-CD in Audition ist denkbar einfach. Sehen Sie selbst, wie Sie alle oder ausgewählte Stücke importieren, um sie später beispielsweise in Multitrack-Sessions zu verwenden. Es kann immer wieder einmal vorkommen, dass Sie Daten von einer Audio-CD einspielen müssen. Beispielsweise, wenn Sie eine CD mit gesammelten Soundeffekten und Geräuschen haben, die Sie für eine Multitrack-Session, zum Beispiel zur Vertonung eines Trailers, verwenden möchten. Ich möchte Ihnen das exemplarisch jetzt an einer ganz normalen Audio-CD zeigen. Und der Befehl dazu ist denkbar einfach zu finden. Im Menü Datei finden Sie Audio von CD extrahieren. Wenn ich diesen Befehl wähle, dann wird automatisch erkannt, in welchem Laufwerk sich im Moment eine Audio-CD befindet. Wären mehrere verfügbar, so kann ich es hier auswählen. Ich kann hier oben die Geschwindigkeit für das Einlesen festlegen. Hier lasse ich es normalerweise auf maximale Geschwindigkeit, lediglich bei sehr zerkratzten CDs, also dort, wo die Oberfläche schon etwas beschädigt ist, kann eine langsamere Einlese-Geschwindigkeit dazu beitragen, dass die Daten sicherer ordentlich ankommen. Ja, und schließlich habe ich hier unten die Liste an Tracks, die auf dieser Audio-CD verfügbar sind, mit der exakten Länge angegeben. In dieser Liste kann ich sie vorab hören mit diesem Play-Button hier vorne. Ich kann einzelne abwählen und auswählen. Oder wenn ich eben zum Beispiel nur ein bestimmtes Stück wählen möchte, so kann ich zunächst mal alle ein-aus-wählen, sodass ich all diese Haken hier wegnehme. Und ich wähle jetzt mal nur diesen CD-Track 3. Und den möchte ich importieren. Klicke also auf OK. Sie sehen, dass die Audio-Daten jetzt von der CD extrahiert werden. Das funktioniert natürlich entsprechend schneller als die eigentliche Abspielzeit für dieses Musikstück, denn wir haben ja die maximale Lesegeschwindigkeit angegeben. Und nach kurzer Zeit wird dieser CD-Track dann hier in der Liste angezeigt, CD-Track 3, Sie sehen es hier, und auch die Wellenform geladen. Dort kann ich mich jetzt bewegen, das Musikstück abspielen und nach Belieben verändern beziehungsweise in meine Multi-Track-Sessions einbauen. Eine weitere Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen, die allerdings nur auf dem Mac, also unter macOS 10 funktioniert, ist es per Drag & Drop ein Audio-Stück von der CD hier hereinzuladen. Ich wechsle dazu einfach in den Finder und im Finder finden Sie dazu auf dem Mac Ihre eingebauten oder angeschlossenen Festplatten und dann hier unten zum Beispiel auch die Audio-CD. Sie sehen, diese hat jetzt einen Titel bekommen, weil ich sie bereits in iTunes angehört habe und dort aus der Gracenote-Datenbank eben schon herausgefunden wurde, um welche CD es sich handelt. Und darin befinden sich dann in meinem Fall jetzt auch schon die Musikstücke mit den richtigen Namen und der Nummer verteilt. Hier hinten sehe ich, dass es sich um AIF-Dateien handelt. Das ist das unkomprimierte Audio-Format, das vor allem auf dem Mac zum Einsatz kommt. Und jetzt kann ich einfach dieses Stück hier nehmen und per Drag & Drop hier zum Import nach Audition ziehen. Sie sehen, nach einer kurzen Zeit wird dann auch dieses Musikstück hier in Audition angezeigt. Allerdings muss Ihnen bewusst sein, dass Sie dies natürlich direkt von der Audio-CD laden und dann beim Nachladen dies entsprechend langsam vor sich gehen wird. Vergleichsweise sind nämlich Audio-CDs eher langsame Datenspeicher, von denen hier eingelesen wird. Deswegen ist der Weg über Datei Audio von CD extrahieren wohl der empfehlenswertere.